Happy Birthday Sonnenschein Seit Prinzessin Charlotte vor fünf Jahren das Licht der Welt erblickt, verzückt sie mit ihrer positiven Art. Nicht nur William und Kate sind dabei ganz hingerissen von ihrer Tochter, sondern auch die Fans der britischen Königsfamilie. Wir alle konnten Zeugen ihrer beachtlichen Veränderung werden, von der schüchternen Prinzessin zur regelrechten Entertainerin. Im Vergleich zu ihren Brüdern George und Louis scheint nämlich besonders Charlotte Gefallen an öffentlichen Auftritten zu finden und wie niedlich sie doch ist. Zu ihrem Ehrentag veröffentlicht das britische Königshaus gleich vier neue Aufnahmen. Mit geröteten Wangen und selbstbewussten Lächeln strahlt die Fünfjährige in die Kamera. Doch Charlotte ist nicht nur selbstbewusst, sondern kann auch jetzt schon richtig anpacken. Die Fotos hat Mama Kate aufgenommen, als die kleine Prinzessin der Familie geholfen hat, Essenspakete an isolierte Senioren auszuliefern. Mit Spaß geht Charlotte ihrer Aufgabe nach und beweist dabei, was für ein großes Herz sie doch hat. Im süßen Karokleid, das von der Marke Zara stammt, zeigt sich außerdem, dass Mama Kate ihren guten Geschmack an ihre Kleine weitergibt. Ihren besonderen Tag verbringt Charlotte mit ihren Eltern und natürlich ihren Brüdern auf dem Landsitz Enmar Hall. Auf dem riesigen Anwesen ist definitiv genug Platz, um sich so richtig feiern zu lassen. Die restliche Familie wird ganz einfach per Videocall zugeschaltet. Unglaublich, wie schnell die Zeit doch vergeht.